Moin Moin und Willkommen zurück zu Stellaris. Ja, wir befinden uns mal wieder im Krieg, aber wir haben ihn diesmal nicht angefangen. Ja, man hat uns ja überraschenderweise den Krieg erklärt und jetzt müssen wir das irgendwie überleben, da unsere Flotte immer noch stark geschwächt ist nach dem Kampf mit den an Binnen. Will ich mal hoffen, dass wir das jetzt irgendwie auf Reihe kriegen hier. Jetzt geht es nämlich schon los, da kommen schon die Ersten. Die 10k Flotte, wenn wir die schon mal abräumen können, wäre das eine echte Hilfe. Wo wollen die denn hin? Ich habe keine Ahnung, wo die hinwollen. Ich bin bei Joel vielleicht. Ich spring mal rüber. Ja, sie sind zum Glück erst mal gegen die kleine Station gebunden, vielleicht können wir die einsammeln. Das wäre schon mal ein Fortschritt. Wird uns auf jeden Fall helfen. Station under attack. Hostile fleet detected. Hostile fleet detected. Admiral brauche ich noch. Hier, der hier, der macht uns schneller. Das können wir gerade gut gebrauchen. Hostile fleet detected. Oh mein Gott. Hostile fleet detected. Das sind ziemlich viele Flotten. Hostile fleet detected. Hostile fleet engaged. Construction ship under attack. Station under attack. Construction ship under attack. Hostile fleet detected. Hostile fleet engaged. Pause. Die Flotte zurückrufen. Hostile fleet engaged. Die Truppentransporter erstmal irgendwo nach hinten in Sicherheit bringen. Die sind hier überall in unserem Reich jetzt am rumnerven. Guerillataktik vom Feinsten. Das wird unsere Station noch nicht lange durchhalten, glaube ich. Sie laden den Antrieb jetzt, wo meine Flotte kommt. Okay. Gibt es hier was zum upgraden? Auf jeden Fall. Gibt es hier was zum upgraden? Die kann ich auch noch verbessern. 120 Energie fehlt. Perfekt. 1 L. So. So. Und den ganzen Haufen mehr an Schilden. Dass die nächste dann besser ist. Konstruktionsschiff ist tatsächlich davon gekommen. Ich bin tatsächlich begeistert. So. Hier müssen wir auch noch nachrüsten. Es fehlt 50 Energie. 1 M. Der ist wahrscheinlich zu wenig. Genau 5. Na super. Das ist hier richtig doof. Kann ich die 5 Energie woanders einsparen? Versuchen wir das mal damit. Vielleicht braucht das weniger Energie. Ich glaube bei genau 5. Das ist doof. Tja. Machen wir das jetzt mal so. Let's nix. Hier wird erstmal nachgebaut. So. Ähm. Min. So. Wir hoffen das reicht. Jetzt können wir nur hoffen ein paar Flotten zu fangen. Situation log updated. Station under attack. Sind die lästig? Was ist da los? Ruhen lassen. Okay, ich habe das Gefühl, dass wir da so nicht wirklich weiterkommen. Wir brauchen ein neues System, wir besuchen uns hier. Hostile Fleet Detected, Hostile Fleet Detected, Hostile Fleet Detected. So, wir machen jetzt mehrere kleine Flotten auf jeden Fall. Umzug haben, können wir die erwischen? Die haben auch Überraum, schade. Meine Fresse, man weiß gar nicht, wo man sich hier zuerst verteidigen soll. Station under attack. Wir fliegen jetzt mal da rein. Hostile Fleet Detected. Alle bauen noch Schiffe, sehr gut. Schiffsbau ist momentan echt wichtig. Jetzt haben wir endlich mal ein paar erwischt. Oh, er hat viele Plasma-Wirfen. So, jetzt wieder ein Haufen verlieren. Ja, noch viel Kleinkram dabei. Station under attack. Station under attack. Diese ganzen Galaxie-Nahme interessiert mich gerade überhaupt nicht für. Wieder ein Kolonieschiff frei. Bevor das irgendwie zerstört wird, versuchen wir es mal durchzubringen nachher. Hier hat sich ein großer Teil Flotte wieder versammelt. Direkt zusammenfügen. Konstruktion ship under attack. Station under attack. Evading Hostile Fleet. Hostile Fleet Detected. Hier in die Oberraumfalle gejumpt. Aber die sind noch gar nicht so weit. Ah, wir haben wieder eine Flotte von ihm gestellt. Hervorragend. Oh, wir wollen zerrissen werden. Oh, das sind zwei Flotte. Hostile Fleet Detected. Wir wollen jetzt noch einmal komplett zerreißen. Hier ist der Gegend, wir wollen komplett zerreißen bitte, Ok, nein, passt gut. Und jetzt geht´s gleich wieder. Da kommt noch eine Flotte dazu. Noch eine. Das will uns aber wissen. Die eine ist abgehauen. So schnell einschreiten. Da hat er natürlich alles schon abgeräumt. Kleinen Drecksack. Dafür verliert er noch eine kleine Flotte. So da haben wir auch schon wieder eine kleine Flotte. Auch wieder hier sammeln bitte. Die nächste Flotte erwischt. Oh und sie ist auch noch im Antriebs cooldown. Hervorragend. Station under attack. Hostile Fleet detected. Station under attack. Ich denke davon gibt da auch keine Einkommen. Sollt das hier einfach mal wieder kackfrech auf. Konstruktionsschiff. Die Falle ist doch gar nicht mehr da. Wo ist das Problem? Baue ich die hier auf. Fehlt zwar die Feuerkraft der Station da. So. Gucken ob wir noch ein paar erwischen können. Station under attack. Das ist alles so ein Kleckerkram. Ich fange jetzt einfach hier mit Bodeninvasion an. Die füge ich schon mal wieder zusammen. Hostile Fleet detected. Transportflotten. Transportflotten. Sammeln sich hier. Station under attack. Gucken ob noch alle fleißig Schiffe produzieren. Sieht so aus. Was? Was? Wir haben das Nackenjoch da unter Druckung abge... Oh was denn da wieder? Spinni! Spinn die, oder was?! die sind irre da werde ich mich nicht einmischen da lassen wir schön die finger von hostile fleet detected station under attack hostile fleet detected hostile fleet detected construction ship under attack evading hostile fleet construction complete station under attack kleine 13k flotte station under attack hostile fleet detected damit hier auch mal ruhe ist klecker kram wir machen eine bodeninvasion damit wir vorwärts kommen die große schiffswerft ausschalten station under attack ich fasse es nicht schon wieder ein wissenschaftler gestorben hostile fleet engaged dann nehme ich den hier der hat schon zwei pünktchen mann 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 die anbinden scheinen momentan auch daran zu knabbern zu haben dass sich ihre flotte komplett geraucht hat sie haben sich noch nicht groß wieder ausgebreitet aber wenn wir uns jetzt tatsächlich zerhacken vielleicht fällt der hier hinten ein mann weiß es nicht so da geht es schon weiter so da gehen helfen wir mit denen haben wir vorher auch zu tun gehabt so was muss ich dafür tun so was muss ich dafür tun oh können wir die erwischen die erwischen wir da oben ist noch eine flotte ok die holen wir uns gleich schussbau ist noch im vollen gange ich werde aber schon mal nachschieben hervorragend ach zu drauf wieder ein kolonieschiff muss man sich da aber ja auch noch neben druck bei wo man kümmern muss hier hostile fleet detected hostile fleet engaged hostile fleet detected station under attack station under attack er geht immer wieder auf unsere station los hostile fleet detected situation log updated station under attack so boden druck auf gehts hostile fleet engaged ich werde jetzt einfach hier einfach neben einer der oborn mich nicht mit diesem kleinkram hier aufhalten die würde ich ewig jagen da lasse ich die zweite flotte dann zwischendurch mal hin und hinterher hüpfen hier station under attack hostile fleet detected so hier haben sich wieder ein paar kleinere schiffe versammelt station under attack so da ziehe ich die hier auch gleich wieder rüber hier sammeln noch eine kleine eingreiftruppe oh das ist eine größere truppe hier station under attack situation log updated station under attack station under attack station under attack station under attack die müssen wir morgen behalten die müssen wir morgen behalten station under attack station under attack hostile fleet engaged hostile fleet detected hostile fleet detected station under attack station under attack Nochmal 10. Auch gleich hinterher. Oh, dieses Rummarodieren hier. Das nervt so hardcore. So, das war ja easy going. Station under attack. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Kommt da nie ein Schuss weg. Situation log updated. Hostile fleet detected. Oh, das nervt einfach nur. Station under attack. Hostile fleet engaged. Hostile fleet detected. Hostile fleet engaged. Hostile fleet detected. Station under attack. Aufgesprungen. Was gut läuft, können wir ihn jetzt stellen. Station under attack. Naja, ist weggejumpt. Dreck sack. Aber wir jagen ihn. Research complete. Station under attack. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Station under attack. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Halt invest changed. Situation log updated. Situation log updated. Situation log updated. Station under attack. Situation log updated. Situation log updated. So, kurz Pause, Wirbelwindraketen, Upgrade zu den Schwarmraketen, quasi Level 2. Nehmen wir mit, So, einmal in Orbit einfliegen, Gucken wo unsere Verfolgerflotte abgeblieben ist, Station Under Attack, Hostile Fleet Engaged, Situation Log, Updated, Nutzer Sicherheit, So, Wir haben sie erwischt. Station Under Attack, Station Under Attack, Situation Log, Updated, So, wenn wir die nochmal stellen können, sollte es das für sie gewesen sein. Bombardierung läuft, Station Under Attack, Hostile Fleet Detected, Planetary Invasion, Hostile Fleet Engaged, Situation Log, Updated, Planet Lost to Invasion, In den Planeten, der Robot, den müssen wir gleich zurückholen. Situation Log Updated, Hostile Fleet Detected, Construction Complete, Hostile Fleet Detected, Oh, es nervt einfach nur Hardcore hier. Hostile Fleet Engaged, Station Under Attack, Station Under Attack, Ich frage jetzt, lässt er die jetzt alle auf dem Boden? Na ja, er landet hier auch noch. Okay, da müssen wir gleich gegen vorgehen. Die Flotte haben wir erwischt, die wird jetzt wohl komplett vernichtet werden. Da gibt es keine kommen. Da gibt es keine kommen. So, nächstes Problem angehen. Hier ist die nächste größte Flottenversammlung. Bei minus sieben Himmelsata. Weil er zwei Planeten besetzt hat. Aber gut, das gleichen wir gleich wieder aus. Dann befreien wir unsere Planeten. Hat er noch nichts bombardiert? Kann es mir doch nicht erzählen. Ist das jetzt auch egal, wir bombardieren jetzt auch härter. Wir sehen keine Rücksicht mehr. Auf das Wohlwollen unserer Nachbarn. Oh, da hat er ein paar Truppentransporte erwischt. Egal, dass sie sterben. Sind nur Klon-Truppen. Ja, die anderen kommen von der anderen Seite. Hostile Fleet Detected. So, das muss irgendwie reichen. Evading Hostile Fleet. Station Under Attack. Ich denke, das wird reichen. Neuer Thronerbe. Unser Herrscher ist dahin. Station Under Attack. Station Under Attack. Station Under Attack. Station Under Attack. Hostile Fleet Engaged. Jetzt jacht ja auch nochmal der dritten Transporter. So. Okay. Wie der Krieg weitergeht, sehen wir das nächste Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen, Kommentar oder ein Abo da. Und dann bis morgen. Dat zijn. Non, da Print poses. うわ Hel approve. costly. Da, das zeigt Au.